ja leute was geht ab und erst mal er hat ein richtig mieses gefühl ich habe mieses gefühl bei der sache und das ist wahr und dahinter diesen für zwei leute ja und ich hab das ding gekehrt und ich habe noch kein gehör gemacht alles klar so ein wichs ich hab schon kill und ich hab auch schon drüben impuls genone wk und ich werde sich wieder abgeschossen ich bin ja immer so glücksbruch bei solchen sagen Leute ich hab immer was aber geholt egal obwohl obwohl fünf Leute neben die Stiere hat mich gewonnen ich hallo ja hunderte kills ist alles klar solche wichs kinder wir gewinnen jetzt verstanden wir gewinnen weiter ganz klar mit seinem dill 44 wir brauchen diese droiden sofort na ich hab' geholt alter hätte schon alter kooksplay damit wir alle nach hause können wir alle nach hause können alles klar hol dir mal bitte ich bin jetzt dafür wir suchen uns irgendeinen punkt aus und den verteidigen wir ok ja wir bleiben hier bei a jetzt achtung da ist w1k dill 44 jetzt ist er nach rechts gesprungen ja ich hab's gesehen ja der droide kommt zu mir das ist natürlich jetzt noch besser wir haben sie wo wir sie haben wollen noch einer hunderte alter stell dich in mir weg auch weg Kopfschuss achten der der von hinten oh wer ist weg das war w1 alter oh da hinten ist so ein Turrent wie hinten jetzt ist der Turrent ist weg aber wir sind der letzte da kommt er alles klar hab ihn kannst wahrscheinlich wieder hier spawnen naja oh bin tot bist gerade gestorben alter ja dill 44 von links ich meinte er fasst mich ich spawn werde er gefasst alter ja das meine schuld das meine schuld nein der hat auch eine Dill 44 und ich treffe nicht mit CMAP überlebt der Wix warum ohne Witz Dill 44 so behindert boah ich geh zu zäh alter orbital angriff nice wir haben ein bei dir wir halten wir ich hab ne rakete ok und sein halbes team ist jetzt hier es ist fast vorbei ach so w1 ich hab alle von rechts irgendwie ja 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 da ist wie ein skar ja haben wir ihn gesehen die 40 typ boah boah oh ne von links sind sie dran nein er wollte grad ran dann ist er gestorben aber er hat so ne video platziert was what the fuck ach komm alter ist doch behindert spawn und mega gefickt geh auf Apunkt Apunkt läuft schon wieder für uns bleib Apunkt safe aber man ich bin glücklich wir sind keine partner mehr was was holt euch diese druiden bewegung wir haben einen druiden gesichert ausgezeichnete arbeit wir haben einen druiden gefunden übernahme läuft wir haben sich gewinnt wir haben sich gewinnt wir haben sich gewinnt hier ist du A ich schau dass es hier durch geht macht weiter Druck sie haben nur noch einen druiden w1 krall das stimmt doch einfach ach gott der f4 40 ist so op ne ein schuss hat er mir gegeben ja ein schuss headshot oder zwei schüsse in nackt auf oberkörper das ist echt mega op ich habe mich verfehlt digga da ist einer dran ich weiß er ist dann vorbei gerannt hat er mich geholt er habe ich jetzt sieht hier 21 b habe ich gerade aus das in die waffe gewechselt 1k und er tut er mich auch nicht aber irgendjemand von uns hat ihn weggehalten da ist er da ist er so jetzt hätte er das imperium steht mit dem rücken gestanden sich an den letzten ruiden so ein spaß die alte das dann schildern gibt es vier verschiedenen richtungen wir übernehmen den letzten ruhen halt jetzt kommt sofort ein ganz team hier alter außer zwei holt euch den letzten ruhen bringen wir die dacht aber ich habe den tröten noch übernehmen können aber ich bin gestorben bin auch gut gemacht jetzt kommen drei also zwei jetzt ich habe ihn geholt ah fuck alter kontaktgranate ja ich bin oft über eine anhörungsmine drüber der w1 kann bekommt nicht mehr schaden er hatte noch 100 prozent nachdem das ding explodiert ist und er mich getötet hatte und mich töte das ding natürlich wieder one hit obwohl ich schon kilometer weit weg war und die quasi direkt drüber und er bekommt null schaden gott alter leute internet und dreck er woher leute das war lehrbuch mäßig leute ich glaube schon den hier oben wenn wir noch kriegen haben wir gewonnen hier ist jetzt kommt einer mit der schottmusik wir brauchen nur noch einen droiden wtf alter ist internet so behindert alles klar annäherungsbombe geil feinde fast alter immer ich ne immer hast du die scheiß geschützt alter btf alter ich habe ja so ein glück ja aber mein b-punkt flippt immer noch leide ganz ehrlich geschafft und ich habe doch gesagt hau shirt aber jetzt sind sie jetzt geil der 139 der wichser alter ach du scheiße so eine schwere geburt der 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 wichser halt er wichser 517 quality gemacht ist richtig schlecht 604 aber ich sagen wir sehen uns das nächste mal zu einer weiterfolge und star wars battlefront in einem anderen modus natürlich zu mit sven hoffentlich mich ja dann ein bisschen show ciao